Ein schönen guten Abend, liebe Gäste im Filmmuseum Frankfurt, zur Vorführung von Leuchte, Mein Stern Leuchte, einem sowjetischen Film aus dem Jahr 1970 in der Regie von Alexander Mitter. Ich habe diesen Film ausgewählt, weil er einer meiner persönlichen Lieblingsfilme tatsächlich ist. Heutzutage sieht man ja Filme aus Osteuropa leider noch viel zu selten in den Kinos. Dabei gibt es da ganz wunderbare Produktionen. In den 70er, 80er Jahren liefen die natürlich sehr zahlreich in den Kinos der ehemaligen DDR und so. Es ist auch kein Wunder, dass mich diese Filme auch sehr geprägt haben persönlich, natürlich in meiner Sicht auf die Welt, aber auch in meiner Sicht auf Filmkunst. Leuchte, Mein Stern Leuchte ist dafür ganz sicher ein herausragendes Beispiel. Das ist, man kann so sagen, eine poetische Komödie. In der es auch um die Rolle und Wirkung der Kunst geht. Ich habe den damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da war ich ja noch sehr klein, da war ich vielleicht gerade mal 10. Der Film war ein großer Erfolg in den Kinos der DDR. Ich habe den sicherlich gesehen wie ein Märchenfilm und das geht auch irgendwo, weil der Film sehr poetisch erzählt. Die wahre Schönheit dieser Geschichte habe ich allerdings erst später verstanden. Iskremas, der Name der Hauptfigur, gespielt von dem großartigen Oleg Tabakow, ist übrigens ein Kürzel aus dem russischen Iskust vor der Voluzi Massam, die Kunst der Revolution den Massen. Und das sagt schon, was Iskremas will. Er will die Kunst in die Herzen der Bürger des postrevolutionären Russlands tragen. Er zieht mit so einem kleinen Planwagen durch die Lande und landet in einem kleinen Nest, was immer mal wechselseitig von dem Roten, den Weißen und ich glaube den Grünen besetzt wird. Und die Leute haben natürlich ganz andere Dinge im Kopf, als sich da von ihm Shakespeare vortragen zu lassen. Das hat dann durchaus auch komödiantische Züge und reicht auch rein in die Frage, mit welcher Kunst erreicht man die Herzen der Menschen. Da gibt es nämlich noch einen Kinematografenbetreiber, das ist schon die aufkommende Kunst dann des frühen 20. Jahrhunderts, der aus Iskremas Sicht natürlich totalen Kommerz betreibt. Und es gibt den Malerfet ja eine sehr schöne, sehr poetische Figur, die kein Wort spricht in diesem Film. Der drückt sich durch seine Kunst aus und eines der schönsten Bilder, das der Film findet, ist vielleicht, dass da ein vom Krieg zerstörter Apfelbaum ist, der nicht mehr blühen kann und tot ist. Und der Malerfet ja malt sozusagen die Äpfel an, um ihnen wenigstens im Nachhinein noch die Kraft des Lebens zu schenken. Und insofern ist dieser Film ein großes Gleichnis über das, was Kunst vermag. Und ich habe übrigens meine Produktionsfirma, meine Filmproduktionsfirma nach der Hauptfigur dieses Filmes benannt. Iskremas Filmproduktion ist meine persönliche Referenz auch an Leuchte, mein Stern, Leuchte. Ich wünsche Ihnen jetzt rührende und auch vergnügliche Zeiten im Kino mit diesen alten, aber nicht gealterten sowjetischen Filmen. Viel Spaß!